Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Die Nachrichten rund um die Corona-Pandemie reißen nicht ab. Seit dem 28. Dezember vergangenen Jahres gelten in NRW neue Regeln für Veranstaltungen. Davon betroffen sind auch jagdliche, wie beispielsweise Gesellschaftsjagden. Für viele dieser Gemeinschaftsaktionen gilt nach dem deutlichen Anstieg der Inzidenzen die 2G-Regelung. Nur noch geimpfte oder genesene Personen dürfen demnach an Gesellschaftsjagden teilnehmen. Eine Übersicht der neuen Regelungen findet ihr auf unserer Homepage unter www.doz.de. Schon seit Jahren steigt die Zahl der Jagdscheininhaber in Deutschland an. So auch im vergangenen Jahr 2021. Insgesamt waren 403.420 Personen im vergangenen Jahr im Besitz eines gültigen Jagdscheins. Die meisten kommen aus NRW. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt Mecklenburg-Vorpommern vorn. Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Brandenburg wiederholt Jagdzeitverlängerungen über den 15. Januar hinaus. Und so auch in diesem Jahr. Für insgesamt acht Landkreise und zwei kreisfreie Städte hat das Brandenburgische Umweltministerium unter der Leitung von Minister Axel Vogel die Schonzeitaufhebung für Rot, Damm sowie Rehwild angeordnet. Die verlängerte Jagdzeit soll voraussichtlich bis Ende Januar gelten. Der Landesjagdverband Brandenburg hat zu diesem Vorgehen ausführlich Stellung bezogen. In Gänze findet ihr diesen auf unserer Homepage unter www.doz.de. In der Gemeinde Eimke in Niedersachsen hat ein Jäger am 31. Dezember einen verendeten Wolf gefunden, der vermutlich illegal erlegt wurde. Der Grauhund lag auf einem Acker. Es wurden zwei Verletzungen festgestellt, die auf Schüsse hindeuten. Der Kadaver wurde zu weiteren Untersuchungen ins Leibniz-Institut für Zonenwildtierforschung nach Berlin-Potsdam überführt. Wie die Polizei mitteilt, hätten Anwohner bereits in den Nachtstunden zum 27. Dezember atypisches Wolfsgeheul wahrgenommen. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz wurden eingeleitet. Bereits am 12. Dezember vergangenen Jahres machte ein Jagdpächter in seinem Jagdrevier in Gewaden-Pappelbach in Baden-Württemberg eine grausige Entdeckung. Unterhalb des Weges linker Pappelbach-Weg-Wiesenweg fand der Jäger ein verendetes Rehkitz. Haupt und ein Blatt waren abgetrennt und fehlten. Wenige Tage später, genau am 18. Dezember, hörte der Jagdpächter unweit des ersten Fundorts einen Kleinkaliberschuss. Wenige Stunden später wurde dem Jäger dann erneut ein verendetes Kitz gemeldet. Es fehlten dort ebenfalls Haupt und ein Blatt. Den Angriff eines anderen Wildtiers schließt der Jäger aus. Die Polizei hat in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Weinheim. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil. Die Polizei hat in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen.